Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft aus dem Berliner Studio. Ja, fast jede Woche berichten wir gerade über Kryptowährungen, Bitcoin, Blockchain. Jetzt gibt es auch einen neuen Coin, der kommt Ende März auf den Markt. Er ist vor allen Dingen für die Erotikbranche. Er heißt Redbugs und der Chef dahinter ist heute bei mir Tobias Platte von Memento 3D. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich habe schon gesagt, die Erotikbranche ist praktisch so die Zielgruppe. Da fragen sich viele sicherlich, wie seriös ist denn so ein Token überhaupt? Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Wir sind ein deutsches Unternehmen und geben auch als deutsches Unternehmen den Token heraus. Im Vergleich zu vielen anderen, welche auf Gibraltar oder ähnliches den ICO starten. Zweiter Punkt ist, wir haben ein Produkt hinter unserem Token, wo der Token sofort einsetzbar sein wird. Zusätzlich arbeiten wir mit sehr großen Partnern aus der erotischen Industrie zusammen, die auch nach dem ICO den Token sofort als Zahlungsmittel auf ihren Plattformen akzeptieren würden. Und das sind derzeit knapp 6.000 Akzeptanzstellen. Ich habe schon gesagt, ab Ende März geht es los. Vielleicht können Sie nochmal sagen, wie teuer wird das? Wo kann ich den erwerben und wie das so funktioniert? Also der Tokenverkauf startet am 22. März mit der Pre-Sale-Phase. Die Pre-Sale-Phase ist dafür da, um potenziellen Interessenten noch einen zusätzlichen Anreiz zu geben, weil wir dort starten mit einem Bonus von 35 Prozent, der im Laufe des ICOs immer weniger wird, bis der Token nachher einen Cent kosten wird. Kann ich den einfach so kaufen? Kann ich da hingehen mit meiner Kreditkarte, das kaufen? Oder brauche ich da ein extra Konto? Wie geht das? Diese Informationen findet ihr auf unserer Webseite. Dort kann man sich jetzt schon in die Whiteliste eintragen lassen. Wir müssen auch als deutsches Unternehmen verschiedene Sicherheitswege durchführen. Das heißt zum Beispiel eine persönliche Identifikation der Personen, die bei uns einkaufen, um dem Geldwäschegesetz entgegenzuwirken. Deswegen kann man sich jetzt schon in die Whiteliste eintragen lassen und bekommt dann sämtliche Informationen über den Kauf des Tokens. Dann ist das zum einen, wir sehen das ja bei Bitcoin, da schwankt das ja. Oder erwarten Sie sowas auch bei Ihrer Währung, dass es halt zu Schwankungen kommen kann? Jede Währung, welche auf dem freien Markt erwerbbar ist, unterliegt natürlich den Schwankungen. Und da zählen wieder die Marktgesetze des Angebots und der Nachfrage. Durch den Verkauf unseres Tokens, welchen wir mit einem Hardcap ausgestattet haben, wird nur eine bestimmte Geldmenge nachher auf dem Markt sein. Und das begrenzt schon mal einerseits das Gut, ähnlich wie beim Bitcoin, wo uns 21 Millionen Bitcoins nachher geben wird maximal. Und zum Zweiten haben wir mit der Herausgabe des Coins ganz viele Akzeptanzstellen, wo er sofort eingesetzt werden kann. Und viele Nutzer, die zu dem Zeitpunkt noch keine Coins haben, sich welche beschaffen müssen, um die Dienstleistungen einkaufen zu können. Und somit wird sofort ein reger Handel entstehen. Und es werden natürlich auch Schwankungen da sein. Aber bei dem Einsatz des Coins weiß man momentan, wo die Reise ungefähr hingehen wird. Sie haben, oder ich habe es ja auch schon gesagt, die Erotikbranche ist praktisch der Einsatzort für diese Token. Es wird eine Webseite geben, oder eine virtuelle Welt besser gesagt, die VRX City. Und dort kann man dann diese Token einsetzen. Diese Seite kommt aber erst auch später auf den Markt. Das Produkt besteht bereits. Wir haben Anfang letzten Jahres angefangen, dieses zu entwickeln. Unsere erste öffentliche Präsentation hatten wir Anfang dieses Jahres in Las Vegas mit sehr großer Begeisterung. Und viele Nutzer haben sich auch dort angemeldet als Alpha-Tester. Wir sind dementsprechend jetzt in der Beta-Test-Phase, um das Produkt noch zu perfektionieren, weiter auszubauen, User Experience zu nutzen, um es noch besser zu machen. Und wir werden dann Mitte dieses Jahres mit dem richtigen Produkt an die Öffentlichkeit gehen. Und den Red Bugs benutze ich denn in dieser virtuellen Welt, um Serviceleistungen zu kaufen? Kann man auch noch mit herkömmlichen Zahlungsmitteln bezahlen? Also in der virtuellen Welt wird es schwierig sein, weil um mit PayPal oder einem anderen Zahlungsmittel bezahlen zu müssen, müsste man die Brille abnehmen, kompliziert seine Daten eingeben. Deswegen wird es in der React City nur den Red Bugs geben. Aber im Vorfeld hat man immer die Möglichkeit, sein Wallet aufzufüllen. Und Sie haben schon gesagt, es gibt Partner, die dabei sind. Wie viele? Das heißt, in der Branche wird man dann vielleicht generell das mal als Zahlungsmittel haben? Natürlich. Also wir arbeiten derzeit schon mit den größten Partnern in der erotischen Branche zusammen. Das ist zum Beispiel Wicked Picture oder I Want Empire oder Zero Tolerance. Sehr große Player in dem Bereich, die sofort über 6000 Akzeptanzstellen des Red Bugs schaffen werden. Das heißt, das Potenzial eigentlich in dieser Branche, die sich ja immer wieder mal neu erfunden hat durch neue Technologien, ist schon sehr groß? Das ist absolut. Mit der VRX City betreten wir absolutes Neuland. Es gibt es bisher noch nicht. Wir haben kein Konkurrenzprodukt derzeit auf dem Markt und haben auch einen technologischen Vorsprung von ungefähr drei Jahren, der sehr schwer einzuholen sein wird. Und mit den Geldern, die wir auch durch den ICO bekommen, werden wir diesen Vorsprung sehr schnell ausbauen und ein führender Bereich in der virtuellen Welt werden. Und man kann sich da ja zum Beispiel auch mit Freunden theoretisch treffen. Ja, also man hat einen Kumpel in München, einen in London und dann verabredet man sich zu einem Bier irgendwie in dieser virtuellen Welt. Man kann natürlich auch in der virtuellen Welt ein Bier trinken oder auch andere Sachen genießen. Aber das ist das Gute auch an unserer VR-Welt, dass es kein Bereich ist, wo man sich nur alleine Spaß haben kann, sondern halt seine Freunde trifft, gemeinsam mit den Freunden Bars besucht oder andere Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Und alles, was man braucht, ist so eine virtuelle Brille. Die kosten, glaube ich, so um die 300 Euro. Und ansonsten muss man sich nur anmelden? Richtig. Also derzeit basiert es auf Oculus Rift, aber alle anderen Technologien von den anderen Partnern wie Microsoft oder Apple werden natürlich in Kürze folgen und Brille aufsetzen und Spaß haben. Wie nutzerfreundlich ist das? Ist das schon so einfach zu bedienen? Ja, also wir haben es mit verschiedenen Sachen getestet. Deswegen ja auch unsere Testphase, um zu sehen, wie unsere User damit klarkommen. Und jeder, der schon mal eine Brille aufhatte, findet sich sofort zurecht. Wer noch keine Brille aufhatte, und das war das Spannende, bei der Messe in Las Vegas zu sehen, kamen sofort klar, wussten genau, was sie machen sollten und wie sie zu dem gewünschten Content hinkamen. Also, glaube ich, eine Branche mit viel Potenzial. Tobias Platte, CEO von Memento 3D. Danke Ihnen für diese interessanten Ausführungen und danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei InsideWirtschaft.